So langsam aber sicher tragen einige Fluggesellschaften mehr oder weniger konkrete Pläne zum Ausflotten einiger ihrer Airbus A380 an die Öffentlichkeit. Und jetzt gibt es mit Air France tatsächlich sogar eine Fluggesellschaft, die klipp und klar eine bestimmte Jahreszahl, eine nicht mehr allzu weit entfernte Jahreszahl festlegt, zu welcher der Airbus A380 komplett aus der Flotte der Fluggesellschaft verschwinden soll. Dazu jetzt mal einen kleinen Überblick und ein paar hoffentlich interessante Infos. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe es geht euch gut. Verwundert ist jetzt hier wahrscheinlich niemand mehr so richtig darüber, dass die Fluggesellschaften nicht so richtig gut mit dem A380 klarkommen, dass die davon nicht so wirklich begeistert sind. Denn mittlerweile haben sich ja auch schon einige Fluggesellschaften, also einige Kunden des Fliegers zu den Nachteilen des Airbus A380 in der heutigen Zeit geäußert. Der Airbus A380 konnte hier also definitiv nicht, obwohl man das ja vorher doch irgendwo so geplant hatte, die vor knapp 50 Jahren von der Boeing 747 belegte Rolle übernehmen, zumindest nicht in der Form. Und naja, den Jumbo ablösen, das war hier auch gar nicht mehr unbedingt nötig. So beeindruckend der A380 auch sein mag. Und bei Air France gibt es jetzt tatsächlich einen wirklich konkreten Plan zur Ausflottung der Maschine. Wichtig hierbei ist, die französische Fluggesellschaft trifft dahingehend die Entscheidung nicht wirklich alleine, denn Air France ist hier Teil der Air France KLM Gruppe. Eine Airline Gruppe, die mindestens genauso sehr an der europäischen Konsolidierung in der Luftfahrt beteiligt sein möchte, wie die gestern angesprochene Ryanair. Zehn Flugzeuge vom Typ Airbus A380 bringt die französische Fluggesellschaft mit in die Truppe. Und das ist damit eine Anzahl an Flugzeugen, die sich auch, wenn man denn möchte, rechtzügig wieder abbauen lässt. Insgesamt betreibt Air France KLM immerhin etwas mehr als 540 Flugzeuge in verschiedenen Fluggesellschaften. Und mittlerweile weiß die Konzernführung auch recht genau, wo es mit der Langstreckenflotte der verschiedenen Airlines hingehen soll. Und das ist ja auch kein Geheimnis, es geht in Richtung Boeing 787 und Airbus A350. Für den A380 ist da kein Platz, das Flugzeug ist zu groß. Aber Air France hat letzte Woche Mittwoch auf einer entsprechenden Veranstaltung noch von ein paar weiteren konkreten Nachteilen des Airbus A380 gesprochen. Und das war ziemlich interessant, denn der Flieger sei heute tatsächlich nicht wirklich wettbewerbsfähig. Zumindest nicht im Vergleich zu den aktuellen zweistrahligen Langstreckenmaschinen. Die Anzahl an Strecken, auf denen der Flugzeugtyp wirklich profitabel eingesetzt werden kann, ist wohl höchst überschaubar. Damit das Wettbewerbsumfeld des A380 wohl ziemlich eingeschränkt, so heißt es. Und das Flugzeug ist nicht wirklich flexibel einsetzbar. Und auch der Gedanke von einem wirklich effizienten Fliegen, von einem wirklich geringen Treibstoffverbrauch pro Passagier, einfach ermöglicht durch eine wahnsinnig hohe Sitzplatzanzahl, funktioniert in der Praxis wohl nicht so wie vorher erhofft. 516 Sitzplätze bietet der Airbus A380 bei der französischen Fluggesellschaft. Und trotzdem verbraucht der A380 zumindest laut Aussage der Air France Chefetage im Vergleich zu den neuen Langstreckenmaschinen durch die vier Triebwerke 20 bis 25 Prozent mehr Treibstoff. Die Boeing 787-9 bei Air France, die fasst insgesamt 276 Sitzplätze. Das sind immerhin 240 Sitzplätze weniger als im Airbus A380. Und der noch in diesem Jahr erwartete A350-900, der wird bei Air France 324 Sitzplätze bieten. Und damit immerhin 192 Sitzplätze weniger als der Airbus A380. Den irren Platzaufwand für neun Sitzplätze in der First Class, so wie sie der Airbus A380 der französischen Fluggesellschaft ja noch an Bord hat, den hat man sich dann bei den neuen Langstreckenmaschinen gespart. Warum? Ganz einfach, weil sich auf einer Vielzahl der A350 oder 787-Routen der Fluggesellschaft wahrscheinlich ziemlich genau niemand da vorne für den von der Fluggesellschaft verlangten Preis reinsetzen würde. Dafür verlangen die Kunden aber mittlerweile eine zeitgemäße und moderne Business Class an Bord der Maschinen. Aber zurück zum Airbus A380 und dem anscheinend ja wirklich deutlich höheren Spritverbrauch des Flugzeuges. Der A380 verbraucht im Reiseflug pro Triebwerk etwa 3000 bis 3100 Kilogramm Kerosin. Also für die vier Triebwerke, die der Flieger hat, dann knapp 12.000 Kilogramm Kerosin. Das sind ganz grob 15.000 Liter Kerosin pro Flugstunde. Und das hört sich schon nur noch halb so cool an, wie die immer so schön runtergerechneten magischen 3 Liter pro Passagier pro 100 Kilometer. Bei einem Airbus A350-900 werden pro Triebwerk pro Flugstunde um die 2,7 Tonnen Kerosin verbraucht. Also 2700 Kilogramm im Vergleich zu den knapp 3000 Kilogramm pro Triebwerk beim A380. Dabei sind die Motoren tatsächlich überraschend gut vergleichbar. Denn das Trend-XWB-Triebwerk, was beim A350 verwendet wird, das ist etwas größer als das des A380. 2,95 Meter Ferndurchmesser beim A380. 3 Meter Ferndurchmesser beim Trend-XWB-Triebwerk. Und es ist auch etwas kräftiger. 370 Kilo Newton ungefähr beim A350 gegen 310-320 Kilo Newton Schub beim Trend 900 des A380. Also tatsächlich überraschend ähnlich dimensionierte Triebwerke oder nicht? Und wenn man jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Geschichte des Trend-XWB-Triebwerkes stöbert, wobei XWB genauso wie beim A350 auch für extra wide body steht, na dann kommt man früher oder später auch an Bildern von den Erprobungsflügen vorbei, wo man das A350-Triebwerk einfach mal unter die Tragfläche des A380 zu Testzwecken drunter geschnallt hat. Und das fügt sich da überraschend harmonisch bei den anderen Triebwerken mit ein. Da sieht das neue Triebwerk für die Boeing 777X drunter gezimmert unter ein Testflugzeug vom Typ Boeing 747-400 schon ganz anders aus und man musste auch einige von der 737 MAX bekannte Tricks anwenden, damit das Ding da auch wirklich drunter passt. Mit anderen Worten, es liegt doch quasi auf der Hand, den Airbus A380 ganz einfach mit neueren Triebwerken vom Typ Trend-XWB auszustatten. Also einfach vier A350-Triebwerke unter den A380 zu hängen. Und ohne jetzt genaue Details zu kennen, ich denke mal von der technischen Umsetzung wäre das auch gar nicht mal so kompliziert, gar nicht mal so aufwendig. Und das, was dann dort auf dem Hof stehen würde, das wäre definitiv ein Airbus A380 mit einem etwas geringeren Treibstoffverbrauch als das, was heute mit dem A380 möglich ist und auch ein Flugzeug mit etwas verbesserten Leistungswerten. Also das mit dem Trend-XWB-Triebwerk, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen könnte, wenn man nochmal eine verlängerte Version des A380 auf den Markt bringen möchte, also einen A380-900, welcher ja vom Ding her tatsächlich von Anfang an eigentlich angedacht war und von der Aerodynamik her auch so eigentlich schon geplant war. Aber gut, jetzt ist halt das Problem, dass weder eine Fluggesellschaft an einem verlängerten A380-900 interessiert ist, noch ist zurzeit irgendeine Fluggesellschaft am wirklich langen Betreiben des aktuellen A380 interessiert. Und auch eine Frachtversion des A380 lässt sich ja leider nicht so umsetzen, wie man das eigentlich irgendwann mal erhofft hatte. So, und jetzt muss man wahrscheinlich gar nicht so lange überlegen. Der größte Nachteil des A380, die vier Triebwerke, lassen sich auch mithilfe der XWB-Motoren vom A350 nicht aus dem Weg räumen. Und so muss man wahrscheinlich gar nicht lange über irgendwelche Umstellungen in Wartungsbetrieben, mögliche Zertifizierungskosten oder mögliche erhöhte Produktionszahlen und damit Engpässe beim Triebwerkshersteller Rolls-Royce nachdenken, um rauszufinden, dass sich das mit den XWB-Triebwerken unterm A380 höchstwahrscheinlich nicht lohnen würde. Nichtsdestotrotz fand ich den Gedanken mal ganz interessant, weil man ja quasi schon die Triebwerkstypen zur Verfügung hat, um einen wenigstens etwas sparsameren A380 zu ermöglichen. Aber gut, wir waren eigentlich stehen geblieben bei dem etwas erhöhten Spritverbrauch der Maschine. Knapp 3000 Kilogramm Kerosin pro Triebwerk pro Flugstunde haben wir uns beim A380 gemerkt, knapp 2700 Kilogramm Kerosin pro Flugstunde und pro Triebwerk haben wir uns beim A350 gemerkt. Das sind die wichtigen Zahlen und die klingen erst einmal überraschend ähnlich. Müssen beim A350 natürlich aber nur mal zwei genommen werden und beim A380 eben mal vier. Während wir beim A380 also dann diesen Verbrauch von etwa 15.000 Liter Kerosin pro Flugstunde errechnen, kommen wir beim A350 gerne mal unter die 7.000 Liter pro Flugstunde. Das ist nicht mal die Hälfte. Und über die Passagierzahlen bei einem vollbesetzten Flugzeug haben wir eben schon am Anfang des Videos gesprochen. Das bedeutet, in Anbetracht der Reisegeschwindigkeit der beiden Flugzeuge kommt man beim A380 dann auf einen Verbrauch von etwa 3,2-3,3 Liter pro Passagier pro geflogenen 100 Kilometer. Beim A350 sind es gerne mal 2,4-2,5 Liter pro Passagier pro geflogener 100 Kilometer. Das ist ein Unterschied. Die Tatsache, dass sich der Airbus A380 ganz einfach aufgrund seiner Größe im Vergleich zum A350 auf weniger Strecken wirklich vollbekommen lässt, was dann auch ganz gerne schnell mal auf die Auslastung der Maschine drücken kann, was dann den Spritverbrauch pro Passagier nach oben drückt, das trägt ja auch nicht wirklich zur Effizienzsteigerung bei. Wobei die fast 10 First Class Sitze, die der A380 ja noch an Bord hat im Vergleich zu den anderen Flugzeugen, wenn man diese Sitze füllen kann. Aus rein finanzieller Sicht ist das dann auf jeden Fall ein Punkt, der für den A380 spricht. Und so lassen sich dann also tatsächlich die 20 bis 25 Prozent zusätzlicher Treibstoffverbrauch errechnen, wie von der Air France Chefetage angegeben. Und ich finde, das ist wirklich ein beeindruckender Unterschied, denn der A380, das ist ja kein altes Flugzeug. Aber er verbraucht deutlich mehr Sprit als die Flugzeuge, die vielleicht 10 Jahre später auf den Markt gekommen sind. Dazu kommt die 10 Flugzeuge, die Air France von diesem Typ aktuell noch in der Flotte hat. Die sind alle schon leicht angestaubt. Die haben noch die alte Air France Ausstattung, die alte Air France Kabine. Ganz egal, ob das jetzt Business Class ist oder Economy Class oder was auch immer. Haben das alte In-Flight Entertainment. Naja, sind halt wie gesagt einfach leicht angestaubt und bieten damit für viele Kunden auch absolut zu Recht ein ziemlich unattraktives Produkt. Man muss aber natürlich fairerweise dazu sagen, dass das selbstverständlich auch an Bord anderer Flugzeuge passiert. Also die stauben genauso schnell an wie ein Airbus A380. Nur ein komplettes Cabin Refurbishment, also das Modernisieren der Kabine im A380, das kostet ganze 35 Millionen Euro. Und durch die eingeschränkte Effizienz, durch die eingeschränkte Produktivität des Flugzeuges, über die wir eben die ganze Zeit gesprochen haben, lohnt sich so eine Investition bei einem A380 eben nicht so sehr wie bei anderen Flugzeugen. Dazu steuern die im Schnitt nicht einmal 9 Jahre alten Flugzeuge jetzt natürlich auf die ersten wirklich großen Checks zu. Also auf Checks, die einer Grundüberholung gleichen und das kostet beim A380 gerne mal an die 85 Millionen Euro. Nicht einmal 9 Jahre im Schnitt. Das bedeutet, dass der Airbus A380 bei Air France den Altersdurchschnitt der eigentlichen Flotte von über 13 Jahren schon deutlich nach unten zieht. Und trotzdem scheint es das Flugzeug zu sein, was man jetzt am schnellsten loswerden möchte. Also die unbeliebteste Maschine in der Flotte. Und die Tatsache, dass KLM ja keine A380 in der Flotte hat und man ja versucht, die Flotte von der Air France-KLM-Gruppe relativ einheitlich zu halten, Das macht die Sache selbstverständlich auch nicht besser und führt dann letztendlich zu der Entscheidung, dass die Konzernführung den Airbus A380 bis zum Jahr 2022 Und das ist nicht mehr so weit weg, wie es sich anhört, dass sie den A380 bis dahin komplett aus der Flotte raushaben möchten. Das ist schon beeindruckend, oder? Wie eine Fluggesellschaft so wenig Bock zu haben scheint, einen Flugzeugtypen in ihrer Flotte so lange wie möglich am Leben zu halten. Also wie gesagt, der A380 ist kein altes Flugzeug, aber es funktioniert mit anderen Flugzeugen besser als mit dem Airbus. Also soll der Airbus jetzt raus und das bitte so schnell wie möglich. Tja, gut und damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es waren ein paar interessante Informationen für euch mit dabei. Ich freue mich wie immer auf eure Kommentare und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.